Chenopodiastrum ist eine 2012 beschriebene Pflanzengattung aus der Unterfamilie Chenopodioidi in der Familie der Fuchsschwanzgewächse. Die sechs Arten kommen in Erasien, Afrika und Nordamerika vor. Beschreibung Chenopodiastrum-Arten sind einjährige krautige Pflanzen ohne aromatischen Duft. Junge Pflanzen besitzen Blasenhaare, die später völlig zusammenfallen und abgeworfen werden, sodass die Pflanzen verkahlen, die Stängel wachsen aufrecht und sind verzweigt. Die wechselständigen Laubblätter sind in Blattstiel und Blattspreite gegliedert. Die dicklichen Blattspreiten können dreieckig, eiförmig oder rhombisch-eiförmig bis landsättlich geformt sein. Der Blattrand ist unregelmäßig gezähnt, gelappt oder fiderspaltig mit schmalen gezähnten Lappen. Die Blüten befinden sich in kleinen, dicht knäuligen Teilblütenständen. Die zu scheinärigen oder traubigen Blütenständen angeordnet sind. Diese stehen in den Blattachseln oder inständig. Die zwittrigen oder rein weiblichen Blüten besitzen fünf an der Basis verbundene Blütenhüllblätter mit einer starken, von innen sichtbaren Mittelrippe und einem deutlichen Kehl an der Spitze. In zwittrigen Blüten ist ein Kreis von fünf Staubblättern vorhanden. Die Fruchtblätter sind zu einem oberständigen Fruchtknoten mit zwei Narben verwachsen. Zur Fruchtzeit kann die Blütenhülle die Frucht umschließen oder abspreizen. Die heutige Fruchtwand haftet fest an der Samenschale. Der horizontal orientierte Samen ist linsenförmig, mit scharfem oder stumpfem Rand. Die schwarze Samenschale ist oft deutlich grubig oder runzelig, selten fast glatt. Systematik und Verbreitung Die Gattung Cenopodiastrum wurde 2012 von Susi Fuentes Basan, Perti Uotila und Thomas Bosch in Vildenovia 42 S. 14 neu beschrieben. Damit wurden mehrere bislang zu Cenopodium gestellte Arten abgetrennt, die nach molekulargenetischen Untersuchungen nicht zu dieser Gattung im engeren Sinne gehören. Cenopodiastrum wurde von Fuentes E. L. wie Cenopodium in die Tribus Atrepleis E. eingruppiert und gehört zur Unterfamilie Cenopodioidi innerhalb der Familie der Amaranthes S. L. Die Gattung Cenopodiastrum ist in Europa, Asien, Afrika und Nordamerika verbreitet. Die Gattung umfasst nach Fuentes Basan und Mosiakin sechs Arten in zwei Sektionen. Sektion Cenopodiastrum 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 Coronoposes Fuentes Uotila und M. Borsch Sie ist auf den Kanarischen Inseln, den Ilhas, Selvigens und eventuell auf Madeira endemisch. Cenopodiastrum Faschikulosum Mosiakin Sie kommt im tropischen Afrika vor, Mauer Gänsefuß S. Fuentes, Uotila und M. Borsche S. Y. N. Cenopodium Muralel Er kommt in Europa, Nordafrika und Südwestasien vor. Punkt Sektion Cenopodiastrum Sekt Große Foviata Mosiakin Cenopodiastrum Badas Genicum S. Fuentes, Uotila und M. Borsche Sie kommt in Mittelasien, Volksrepublik China, im nordöstlichen Afghanistan, nördlichen Pakistan, nördlichen Indien und Nepal vor. Astat Gänsefuß S. Fuentes, Uotila und M. Borsche S. Y. N. Cenopodium Hybridum L. Er kommt in Europa, Indien und im Asien der gemäßigten Klimazone bis nach China vor. Cenopodiastrum S. Fuentes, Uotila und M. Borsche R. A. F. Sie ist in Nordamerika heimisch. S. Fuentes, Uotila und M. Borsche